Moin Moin, ich begrüße dich herzlich zu meinem YouTube-Kanal Mathe ist chillig. Es freut mich, dass du dir ein Video von mir anschaust. Das Thema des Videos lautet, Druck bei abgebender Leistung und Volumenstrom einer Pumpe berechnen, auf zwei Wege. Es ist Video 17 der Reihe zur Hydraulik. Suchst du hierzu das Aufgabenblatt? Dann siehe bitte in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link, der dich zu meiner Homepage führt, wo du dir kostenlos das Aufgabenblatt herunterladen kannst. Aufgabe. Eine Pumpe hat eine abgebende Leistung von 5 Kilowatt und einen Volumenstrom von 60 Liter pro Minute. Berechne auf zwei Wege, wie groß der Druck ist. Gegeben ist also Groß Q, der Volumenstrom mit 60 Liter pro Minute. Ebenso die abgebende Leistung, und zwar Groß P, die beträgt 5 Kilowatt. Gesucht ist der Druck, PE, und zwar in Bar. Lösung. Weg 1 erfolgt mit Formel. In Formelsammlungen findest du die folgende Formel. Die abgebende Pumpenleistung ist gleich der Volumenstrom mal dem Druck. Ja, wir wollen aber natürlich jetzt den Druck haben. Also muss ich, weil hier Q mal PE steht, die entgegengesetzte Rechenoperationen anwenden und durch Q teilen. Und damit erhalte ich die Formel, dass mein Druck gleich die Pumpenleistung geteilt durch den Volumenstrom ist. Dies drehe ich einmal um, weil es eine Gleichung ist, darf ich das machen. Hier ist nun unsere umgestellte Formel. Also PE ist gleich Groß P geteilt durch Q. Nun setze ich meine gegebene Leistung und meinen gegebenen Volumenstrom ein. Das ergibt dann 5 Kilowatt geteilt durch 60 Liter pro Minute. So, an dieser Stelle müssen wir uns natürlich bewusst machen, wir wollen ja das Ergebnis in Bar haben. Also wandle ich jetzt erst einmal gleich die 5 Kilowatt in Watt um. Ich kümmere mich jetzt also um die 5 Kilowatt. Ich weiß, das kann man auch in Tabellenbüchern entnehmen, dass 1 Kilowatt gleich 1000 Watt ist. Also bedeutet das, ich muss die 5 mal 1000 rechnen, um Kilowatt in Watt umzurechnen. Und das ergibt dann 5000 Watt auf dem Bruchstrich und 60 Liter pro Minute unterm Bruchstrich. Im nächsten Schritt werde ich jetzt hier diesen rot geschriebenen Bruch Liter pro Minute wegmachen. Durch einen Bruch wird geteilt, indem man mit dem Kehrwert mal nimmt. Das heißt, die Minuten muss ich in den Zähler schreiben und die Liter muss ich in den Nenner schreiben. So, und dann mache ich jetzt hier noch einen kleinen Vorbereitungstrick. Ich schreibe für Minute hier an der Stelle eine Minute. Ich weiß, dass eine Minute 60 Sekunden sind. Also kann ich die eine Minute jetzt als 60 Sekunden schreiben. Das ergibt dann 5000 Watt mal 60 Sekunden durch 60 Liter. Im nächsten Moment schaue ich mir jetzt die 60 Liter an. Ich verwandle die Liter in Kubikdezimeter. Ich weiß, was auch aus Tabellenbüchern hervorgeht, dass ein Liter gleich ein Kubikdezimeter sind. Also ändert sich da nicht viel. Ich brauche also nur für das L Kubikdezimeter zu schreiben. Das ergibt dann 5000 Watt mal 60 Sekunden auf dem Bruchstrich und 60 Kubikdezimeter unterm Bruchstrich. So, und jetzt kann ich natürlich die 60 und die 60 durch 60 kürzen, indem ich die 60 wegstreiche. Das ist gleich 5000 Watt mal 60 Sekunden durch 60 Kubikdezimeter. Und wenn ich das durch 60 kürze, dann bleibt folgendes übrig. 5000 Watt mal, ich muss ja die 60 durch 60 teilen, ergibt eine Sekunde. Und ich muss die 60 durch 60 teilen, wenn ich kürze, ergibt ein Kubikdezimeter. Nun kann ich natürlich die 5000 mal 1 rechnen und habe dann Watt mal Sekunde. Also kommt dann 5000 Watt Sekunden auf dem Bruchstrich und ein Kubikdezimeter unterm Bruchstrich raus. So habe ich das jetzt hier geschrieben. Aus Tabellenbüchern geht hervor, dass eine Watt Sekunde dasselbe ist wie ein Newtonmeter. Also kann ich hier für die rote Watt Sekunde auch ein rotes Nm für Newtonmeter schreiben. Dann ergibt das 5000 Newtonmeter durch ein Kubikdezimeter. Im nächsten Schritt kümmere ich mich jetzt um diesen blau geschriebenen ein Kubikdezimeter, den wandle ich jetzt in Kubikmeter um. Hier habe ich in den Kasten reingeschrieben, ein Kubikdezimeter ist dasselbe wie ein tausendstel Kubikmeter. Das habe ich jetzt hingeschrieben, das ist gleich 5000 Newtonmeter auf dem Bruchstrich und ein tausendstel Kubikmeter unterm Bruchstrich. So und jetzt kann ich hier die Meter gegen die Kubikmeter kürzen, indem ich hier durch Meter teile und da durch Meter teile. Das deute ich hier an, indem ich das Meter weg streiche und hier die hoch 3 weg streiche und da eine hoch 2 randschreibe. Das ergibt dann 5000 Newton auf dem Bruchstrich und unterm Bruchstrich steht dann ein tausendstel Quadratmeter. Ja 5000 durch ein tausendstel. Kannst du den Taschenrechner tippen oder wie wir es eben ja schon gesagt haben, durch Brüche wird geteilt, indem man mit dem Kehrwert mal nimmt. Das heißt, ich muss also 5000 mal 1000 rechnen und das durch 1. Ja und das ergibt dann 5 Millionen Newton pro Quadratmeter. Und das habe ich jetzt hier hingeschrieben. Zur besseren Lesbarkeit habe ich hier Punkte gesetzt. Das sind keine Kommas, damit man erkennt, dass das eine 5 Millionen ist. Aus Tabellenbüchern geht hervor, dass 100.000 Newton pro Quadratmeter gleich ein Bar sind. Um jetzt also von Newton pro Quadratmeter auf Bar zu kommen, muss ich, wenn hier 5 Millionen Newton pro Quadratmeter stehen, diese 5 Millionen durch die 100.000 teilen. Und das ergibt dann die Bar. Das habe ich hier angedeutet, indem ich jetzt hier die 5 Nullen weggestrichen habe. Und man sieht, es bleibt dann nur noch vorne die 50 übrig und hinten das Bar. Das heißt also, das Ergebnis lautet 50 Bar. Schauen wir uns nun Weg 2 an. Gegeben ist wiederum der Volumenstrom von 60 Liter pro Minute, die abgebende Leistung von 5 Kilowatt. Gesucht ist der Druck in Bar. Weg 2 ist die Berechnung mit der Zahlenwertgleichung. In bestimmten Formelsammlungen findest du die folgende Zahlenwertgleichung. Die abgebende Leistung ist gleich der Volumenstrom in Liter pro Minute mal dem Druck in Bar geteilt durch 600. Und wenn man das so alles einsetzt, dann kommt die abgebende Leistung in Kilowatt raus. Wir wollen natürlich jetzt hier den Druck berechnen. Also stelle ich die Formel jetzt erstmal nach dem Druck um. Zur Vereinfachung habe ich jetzt nochmal die Formel hier hingeschrieben, ohne die Einheiten. Um jetzt das nach PE umzustellen, muss ich also jetzt hier, weil hier steht ja Q mal PE geteilt durch 600, muss ich mal 600 rechnen. Das ergibt dann, P mal 600 ist gleich groß Q mal PE. PE will ich haben. Da da mal zwischen steht, muss ich also durch Q teilen. Das ergibt dann, P mal 600 geteilt durch Q ist gleich PE. Da wir das immer üblicherweise links schreiben, was wir ausrechnen wollen, tausche ich jetzt einmal die linke und die rechte Seite. Das ergibt dann, PE ist gleich groß P mal 600 geteilt durch Q. Nochmal zur Innerung, PE, der Druck, den bekomme ich im Bar raus, wenn ich jetzt gleich die abgebende Leistung in Kilowatt hier einsetze und hier unten den Volumenstrom in Liter pro Minute. Beginnen wir nun mit der Rechnung. Ich habe jetzt nochmal die Formel hingeschrieben, PE ist gleich groß P mal 600 geteilt durch Q. Ich setze jetzt meine Leistung in Kilowatt ein, 5 Kilowatt mal 600 und unterm Bruchstrich setze ich den Volumenstrom ein von 60 Liter pro Minute. So und jetzt nehme ich mir einen Taschenrechner und tippe ein 5 mal 600 geteilt durch 60. Ja und das ergibt 50 und wir wissen, weil es eine Zahlenwertgleichung ist, hinten muss Bar rauskommen. Also ergibt das 50 Bar. Als Antwort kann ich also schreiben, der Druck beträgt 50 Bar. Das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ja und wenn es dir wirklich gefallen hat, dann würde ich es mich freuen, wenn du das Video likest. Und solltest du noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.